Wir blicken zurück auf ein fieses Jahr, das komplett für die Tonne war. Mein Liebeschwamm, Corona nervt total. Im Lockdown wirst du fast bekloppt, die Decke fliegt dir auf den Kopf. Du brauchst noch mehr Klopapier, im Supermarkt wirst du zum Tier. Bald ist 2020 vorbei und man weiß ja, dieses Scheißjahr, das war nervig hoch drei. Und in den Bars gibt's keinen Whisky-O-Wei. Alle Plätze im Theater sind frei, denn gerade läuft auch noch Welle 2. Was war sonst noch? Ach ja, Australien brennt und der ist einen Tag Ministerpräsident. An Schulen wird online voll verpennt und diese Dusse keift. Bald ist 2020 vorbei, neues Jahr, neues Glück, nur der Jogi, der bleibt. An Weihnachten lassen wir frische Luft rein und Silvester bleiben wir schön daheim. Juni, das war er nicht. Ja.